Ich arbeite im Swisscom-Shop zum Interlaken und das ist eines meiner Lieblingsprodukte. Das ist der Smart-Switch, den wir bei uns in den Shops verkaufen. Da kann man die Sachen timern, das heisst Haushaltsgeräte sowie Handys zum Beispiel. Man kann dann einstellen, dass zum Beispiel das Gerät eine halbe Stunde laden soll. Und nicht, dass es durch die ganze Nacht durchladet, weil das dann den Akku auf die Jahre beschädigt. Das kann man aber mit jedem anderen Haushaltsgerät auch brauchen, das heisst mit einer Lampen, mit einer Kaffeemaschine. Und da kann man alles timen, das heisst, dass wenn du am 7 Uhr aufstehst, dass die Kaffeemaschine auch am 7 Uhr bereit ist, wenn du wach bist. Ich brauche diesen selber auch, zum Beispiel für meine Lampe im Wohnzimmer, die wir immer wieder vergessen auszuschalten. Und dann kann ich es bequem aus dem Bett machen. Bis zum nächsten Mal.